Das eRezept wird digital und du erhältst deine Medikamente ab sofort schneller, sicherer und noch komfortabler in deiner Vorort-Apotheke. Wie funktioniert das elektronische Rezept? Das eRezept stellt dir wie gewohnt dein Arzt oder deine Ärztin aus. Du kannst es dir direkt per App auf dein Smallphone übertragen lassen. Oder es wird dir in Papierform ausgedruckt. Sende das eRezept über die App direkt an deine Apotheke und entscheide selber, ob du deine Medikamente persönlich abholen möchtest oder sie dir komfortabel per Botendienst nach Hause geliefert werden. Das spart dir unnötige Wege und Zeit. Deine Apotheke prüft mögliche Neben- und Wechselwirkungen, beantwortet dir deine Fragen zur korrekten Arzneimitteleinnahme und gibt dir wichtige Hinweise und Tipps. Und das nicht nur in der Apotheke, sondern auch gerne digital. Was das eRezept noch alles kann? Teile es mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn, damit diese das Medikament für dich abholen können. Lass dir Folgerezepte jetzt ohne Termin vom Arzt zukommen. So oder so, für dich wird alles viel bequemer und das digitale Rezept spart auch noch Papier, was gut für unsere Umwelt ist. Du siehst, das eRezept bringt dir jede Menge Vorteile aber bewährtes bleibt. Die Apotheke ist dein Ansprechpartner vor Ort.